Alle Jahre wieder ist das spannend, wenn das Boot zum Flugzeug wird. Jetzt muss er fast in die Gurgel sitzen. Das sieht doch gut aus. Hinten weiter nach hinten. Einwider weiter nach hinten, wird es dann noch besser. Schauen wir mal. Ja, aber das macht doch nichts. Der fährt ja nicht raus. Vielleicht. Kann hoch. Da schwimmt der Boot durch die Bäume. Der fährt ja nicht raus. Der fährt ja nicht raus. Der fährt ja nicht raus. Ja, aber das macht doch nichts. Der fährt ja nicht raus. Bis zum nächsten Mal. Okay, holen, 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 du kannst. Okay, holen. Zweiter Anlauf Recker dreht durch Recker dreht durch Und jetzt die Recker sind Bedeutung Alles bestens, die Saison ist vorbei. Wird dann noch sauber gemacht, der Mast kommt runter und dann kommt noch ein Plane drüber gegen den Staub und dann ist Winter.